Bereit, wenn Sie es sind? Ja. Ich habe die Session Working Moms angeboten, habe mich da mit einigen Müttern unterhalten über die Situation der Working Moms in der Buchbranche und wie man diese Situation verbessern könnte. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man vor allem Mütter in Führungspositionen sichtbarer machen müsste, zum Beispiel durch eine Serie im Börsenblatt oder im Buchreport oder eine Podiumsdiskussion und dass man Chefs, die andere Arbeitsmodelle anbieten, zum Beispiel Homeoffice, Teilzeit, Führung in Teilzeit, auffordern muss, davon auch zu berichten und möglicherweise auf einer Podiumsdiskussion und so ähnlich. Also es war eine sehr interessante, grundswerte Session.